Wir machen weiter mit Garten auf Bahnbahn 8, Freunde, und heute müssen wir uns den Bosskampf mit Flambo stellen. Im letzten Video haben wir ja seinen Geheimraum erkundet und eine Bank ausgeraubt, und heute müssen wir den Bosskampf machen. Mal sehen, ob wir überhaupt eine Chance gegen ihn haben. Leute, bleibt auf jeden Fall dran, lasst gerne einen Daumen nach oben, da und wir gehen rein ins Video. Let's go! Und wir sind hier wieder in der Stadt von Syringen, wo wir letztes Mal auch schon waren. Wir wollen zum Casino? Oh, wir haben letztes Mal erst eine Bank ausgeraubt. Ich weiß nicht, ob das nur eine gute Idee ist. Syringen? Oh! Was hat er denn jetzt noch damit zu tun? Oh no. Also entweder macht er was Schönes aus uns, oder was Hässliches. Er will irgendein Experiment mit uns machen. Case 5.5? Okay. Redet er über Flambo? Ah, nein. Er redet nicht über Flambo. Er hat dann, dass wir eines der größeren Probleme mit dieser Facilität haben. Er hat Gefühle von Jealousie. Und als Resultat hat er unsere Trainee. Das hat uns die Entscheidung, um Flambo von Flambo zu entfernen. Okay, okay. Also Flambo konnte nicht mit Kritik umgehen, oder dass Leute schlauer sind als er. Also Flambo ist sehr schlau und hat hier sehr viel weiter geholfen. Dann war jemand anderes noch schlauer, quasi. Und dann ist er sauer geworden. Also wollten sie Flambo loswerden, aber Flambo ist zu stark. Und er kann zu viel aushalten. Deswegen haben sie ihn vergraben, wahrscheinlich. Und danach wurde Bahnbahn erschaffen. Okay. Junge. Okay, also helfen wir jetzt doch Syringen. Erst will er uns hier irgendwie als Experiment benutzen. Und jetzt sollen wir ihm helfen, Flambo aufzuhalten. Oh, ob das funktioniert? Oh. Okay, okay. Wir können Flambo nicht zerstören. Also werden wir ihn jetzt auf ewig schlafen legen. Also quasi ein Schlafmittel für immer. Okay, wir brauchen Pfefferminz. Ein Tablet und eine Spritze. Okay. Schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, ob der Plan funktioniert. Und im Bosskampf müssen wir ihm dann wahrscheinlich hier irgendwie das Schlafmittel reinhauen. Damit er erstmal chillt. Okay. Wo? Ah, hier ist der Laden. Hier finden wir Pfefferminz. Gibt's hier... Hier ist keins. Müssen wir hinten rein. Ins Lager. Das, was da so grün leuchtet? Ah ja, guck mal. Pfefferminz haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo ein Tablet und eine Spritze finden. Warte. Oh. Ich wollte gerade sagen, müssen wir nicht noch bezahlen? Immer im Laden bezahlen, sonst gibt's Ärger. Alter, jetzt ist ja hier noch was her. Okay, warte. Wo? Wo? Wo verstecken wir uns jetzt? Oder wo laufen wir hin? Das hier ist wieder das Casino? Oh, Steve. Hi. This place. How long it's been since I've been here. What a strange feeling. I want to squander my entire fortune right now. Der Ladenbesitzer. Der Ladenbesitzer geht jetzt einfach ein bisschen im Casino spielen. Oh, beim Berliner. Jetzt brauchen wir eine Spritze. Okay. Okay, um eine Spritze zu bekommen, müssen wir ins Krankenhaus einbrechen. Das alte, verlassene Krankenhaus, wo bestimmt noch Sachen rumliegen. Schauen wir mal. Wie wir da reinkommen. Wir brauchen ein Brecheisen, um einzubrechen. Und das soll scheinbar irgendwo beim Schrottplatz liegen. Der ja auch... Hier ist er schon. Let's go. Okay. Das heißt, hier ist ein Stoppschild. Ein Brecheisen, bitte. Hier ist keins. Hier auch nicht. Äh... Vielleicht... Hier... Oh. Nee, das ist keins. Da ist was. Da liegt irgendwas. Oh. Alter, es liegt einfach hier hinten komplett im Dunkeln. Fast gar nicht gesehen. Ist ja ganz übel. Okay. Aber jetzt können wir ins Krankenhaus einbrechen. Oder kriegen wir uns wieder Ärger, weil wir... Oh, nein. Oh, Flambo! Flambo ist schon wieder hinter uns her. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Wir müssen schnell zum Krankenhaus. Aber er darf nicht von unserem Plan erfahren. Dass wir ihn einschläfern wollen. Alter, ist der schneller als wir? Der ist schneller als ich! Aber... Okay, wir haben es erstmal geschafft ins Krankenhaus. Zurück. Jetzt können wir hier die Türen aufbrechen. Und hier drinnen gibt es hier Spritzen. Die Sonne geht hinter dem Stern auf. Hä? Was ist das denn jetzt für ein... Oh, wir müssen die Bücher in eine bestimmte Reihenfolge legen. Ah, wir müssen eine Art Geheimgang öffnen. Okay. Ich verstehe das Rätsel zwar nicht. Aber... Die werden schon wissen, was sie tun. Hier kommen wir rein. Und da drin ist eine Spritze. Let's go! Okay. Und jetzt ein Tablet. Aber was für ein Tablet denn eigentlich? 3 plus 5 ist 8. Müssen wir jetzt hier einen Code knacken. 8, 5. 7 minus 2 ist 5. Also 8, 5. 8, 5, 8. 4 mal 2 ist 8. Und 16 durch 4 ist 4. Also 8, 5, 8, 4. Oder was? Hä? 25? 25? Ey. Keine Ahnung, wie die auf 25 gekommen sind. Aber... Alright. Was auch immer. Jetzt haben wir die Tablette. Und Flambo ist hier. Flambo ist hier. Syringin, schnell! Wir brauchen das Schlafmittel. Oh, wir haben noch kurz Zeit. Okay. Dann... Müssen wir... Was müssen wir machen? Oh. Das Zeug ist drin. Wir... Was? Oh, jetzt haben wir hier die Spritze. Mit... Oh, was ist das denn? Was war das für ein Spinnenmonster? War das? Nab, Nab? Alter, Nab, Nab ist hier. Hat Nab, Nab uns die Spinne jetzt abgezogen? Äh, die, ähm... Also Nab, Nab ist eine Spinne, klar. Uns die Spritze geklaut? Ja! Nab, Nab hat... Da ist die Spritze. Wir sollen zum Park kommen. Falls wir unsere Freunde sehen wollen. Okay. Da ist er. Oh. Was? Er will uns alle auf einmal töten? Wow, mit dem Laser? Aber ich hab die Spritze. Ich hab die Spritze. Wir können ihn jetzt... Schlafen legen, quasi. Na, komm schon. Okay, hau ihm die Spritze rein. Come on. Whoa. Alter. Wieso kann er Laser aus seinen Fingern schießen? Das ist doch nicht normal. Ausweichen, ausweichen. Come on, lauf einfach hin. Hau ihm die Spritze rein. Let's go. Oh, no. Oh, no. Jetzt kommen mal noch die Aliens hier rein, oder was? Oh, nein. Jetzt sind die kleinen Mistviecher auch noch hier. Oh, no. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir können sogar auf die Büsche springen. Nein, wir haben keine Chance gegen ihn, wenn er so weitermacht. Nicht die leiseste Chance. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen, aber wie? Okay, nein. Hat nicht funktioniert. Huh. Alter, die Aliens schon ultra nah. Alter, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Seine stärkste Waffe. Rauch. Er hat seine stärkste Waffe eingesetzt. Und jetzt? Er will uns... Er wurde schon wieder überfahren von Celine. Und jetzt hauen wir ihm die Spritze rein. Yes. Und jetzt? Das ist das Ende. Wow, was zur Hölle, Leute?